Es kommt noch ein Video von Final Fantasy 15 Multiplayer. Ich glaube, es wird ein Rekord von Patrick geknackt. Und da muss ich mir schon den Kopf hängen, wie kann man in einem halben, drei, vier Jahren schon verheiratet, Kind und zusammen wohnen. Wie ich eben neutral bin. Wie der Hannes hier sagt, die Welt ist doch verrückt. Ja, das Ding ist meine Ahnung jetzt. Ja, komm, du musst jetzt sehen, da kannst du auch noch drauf klatschen. Im Weg, da kannst du mir sagen, warum nicht vorher zum Netzwerk verbunden wird. Ich meine, es ist jetzt nur zwei, drei Sekunden, aber ja, da läuft irgendwas runter. Komm, lauf schnell die Treppen auf. War das ja scheiße. Äh, 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 scheiße. Boah, Monster, Monster, Monster. Das habe ich doch noch in Deutsch. Hoffentlich finde ich es ja noch in Deutsch. Das ist Monster-Scheiße. Was mehr Monster-Scheiße gibt es? Scheiße direkt da rein. Äh, 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 äh. Was war das? Scheiße. Spielst du englisch oder deutsch? Ja, die eine Mission mit Beta, wo es Monster-Low gibt. 20-Johannes war das doch auf dem dritten Turm, oder nicht? Scheiß da im Wasser. Ja, ich habe das Deutsch wegen dem Scheiß gemacht, wegen dem Scheiß, wie heißt das? Ja, wegen dem Scheiß, wie heißt das? Was, dritter Turm, 20? Ich weiß nicht, den ersten beiden. Ich glaube da, 28 ist das zweiter Turm. Ja, irgendwas mit B, bla 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 in der Englisch. Das ist da am Wasser mit den Leuchtscheißdingern, wo die Tiger oder was da sind, kommt. Ja, Monster-Low, ja, für die Waffe. Okay, wie heißt das jetzt an Deutsch heißt? Äh, äh, ist es, das war der Turm, 28. Ja, wegen der Seite, dann weiß ich nicht, ob ich es an Deutsch heißt, wegen der Seite steht das Monster L-O-W oder L-A-W. Ja, wegen der Seite steht das Monster L-O-W oder L-A-W. Äh, zweite Spalte, da wo zwei Sachen untereinander stehen, bei Zertrümmern oder Beute, also Bonus, äh, ja, da wo zwei Sachen stehen oder da wo nur eine steht. Seite 2, da wo so ein langer Text steht, da steht auf Deutsch Beute beim Zertrümmern von ein Seiten. Boah, wie ist es? Bestien Kiefer. Pfff, okay. Hm, nicht mehr Monster, Bestien Kiefer. Aha, alles klar. Äh, ja. Was willst du übernehmen? Seit einmal, Nato, Hure, zack. 28 da, 2. Zip. Äh, bürzer Scheiß. Mann, 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 Mann. Hoff, ey, ey, sechse. Scheiß nicht, ey. Alles klar. Joachimی, nicht mehr Auß! Ja! Ja, danke! Ich freue mich wieder. ja warum aber stellt ja soja ja jetzt ja ja okay was also sich schlage tun ja ja oh Das war's. Okay. 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 Come on. Das will ich doch gar nicht. Ja, danke. Sog. Boah, jetzt habe ich schon wieder. So, jetzt habe ich schon wieder, ja oah, ich habe schon wieder genommen, für Scheiße, wie die nicht, oh, ich will mal eine Reis. Ja, lass mich doch mal in Ruhe, du Siggi. Oh Gott, Sack, seht du immer noch. Er bleibt doch standen, Alter. So, Autornet up here. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hey, verstehst du mich? Das war doch, wie gesagt, Seite 2 war es doch Kiefer. Oh, ich stehe in uns aus dem Kiefer. Okay. 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 Vielen Dank. Oh nein, das wollte ich doch nicht. Mach doch deine Scheiß-Hetze dann, du Segel. Oh nein, das wollte ich doch nicht. Ich stehe in der Oberfläche, ich kann nicht antworten. Mann, 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 Mann. Das ist ein Scheiß. Ja, komm. Sprache, Text, Englisch, zack. Das ist ein Scheiß-Hetze. Er ladet, unladet, unladet. Guten Abend, gute Nacht. Lade doch, doch mal schneller. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Hilfe ja da, bei Bonus Alles klar. Der Buhl, der Buhl, der Buhl, der letzte Gang, die können wir auch kurz anmachen, der Single. Aber na ja. Pass gut auf dich auf. Zwei Minuten, warte. Zwei Minuten, warte ich noch. 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 Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schmollkopf Untertitelung des ZDF, 2020 Schmollkopf Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, das war's dann mit dem Video.